Weil ich keinen Bock habe zu kochen. Mach einfach. Geh da hinten. Frau kocht. Ich beträgt jetzt Kaffee. Ich hab dir heute morgen gesagt, dass wir kochen, aber nein. Ich hab keinen Bock. Du brauchst das. Bock! Koch! Normalerweise ist ja alles Dreck auf die... Der Tag wird immer besser. Nein, nein. Nicht wir. Nicht wir. Du, du musst das machen. Ich setz das jetzt so. Du setzt das jetzt so. Wo ist mein Kaffee? Wo ist mein Kaffee? Kaffee! Ah, okay. Ich will mich hier hin. Das ist aber gemein. Wieso? Muss ich jetzt entertainen? Ja, das ist wie zu Hause. Frau kocht. Das ist... Was? Was machst du da? Oh mein Gott. Oh Dad! Nein! Nein! Mein Dad wird mich umbringen. Aber man hat es auf der Kamera gesehen, du warst schuld. Skor, du bist da unten hin. Dad! Katastrophe. Wir sind wirklich sehr tollpatschig. Ich dachte, du bist tollpatschig, ich bin noch schlimmer. Hier ist die Wind, oder? Ja, es kann sein, dass das Aus ist, die Flamme. Deswegen mache ich das immer im Bus. Was natürlich dazu führen kann, dass alles explodiert, aber das würde mehr Klicks geben. Das würde den Kanal wieder auf Vordermann bringen. Du mit deinen Klicks. Ja, immer diese Klicks geilen YouTuber. Aber ich dachte ganz ehrlich, wenn man mehr Klicks macht, hat man mehr Motivation. Ist einfach so. Nein! Ich brauche Klicks. Ich werde jetzt hier runterspringen. Einfach Köpfe machen. Genickbrock. Klicks! Klicks! Kann man das so essen? Ja, kann man. Aber du sollst das jetzt nicht essen. Doch, ich muss. Mh. 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 Meine Energie. Wir haben nicht viel Uhr. Halb eins, ich habe noch nichts geflüchtet. Was machst du da? Das Messer ist so schlecht. Ja, sie schneiden noch nicht mal so ein weiches Ding. Ich kann auch die Seite benutzen. Genau dasselbe. Guck mal. Die falsche Seite ist besser sogar. Ich verstehe nicht. Weißt du, wie ich das mache? Bevor der Ofen warm wird, schmeiße ich die Pizza rein. Bevor das Wasser kocht, schmeiße ich die Nudeln rein. Und ich bin der größte Trottel und der größte Keck. Wieso bist du mit mir zusammen? Weil du fame bist. Wegen Fame bist du mit mir zusammen, ist okay, ist okay, geh kochen. Dad, siehst du das? Ich bin nicht schuld. Gib mal schnell Zeva. Ich beeil mich. Ey, wirklich jetzt, das saugt ein.